Ich glaube an Ehrlichkeit. Je älter ich werde, desto mehr. Damit meine ich aber nicht, sag immer die Wahrheit. Ich meine, steh einfach zu dir selbst. Zu deinen Fehlern und deinen Schwächen. Daraus erwächst deine Stärke. Und steh zu deinen Überzeugungen, sie sind dein innerer Kompass. Du hast nur diesen einen. Daraus erwächst deine Stärke.